Reise mit uns machen, wie die ganze Saison uns eigentlich entstehen und drum steht da eine Gitarre und drum gibt es da so ein paar Geschwistern. Geht's euch gut? Geht's euch gut. acuerdo. Okay, ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe, jetzt wird sie ja romantisch, sie können doch gerne Feuerzecker rausruhen etc.